Hä? Wollte er sich jetzt mit dem Essen an den Schachttisch setzen und hat dann gemerkt, dass das eine dumme Idee ist? So, sie muss ja in drei Stunden schon wieder raus, ne? Nee, sie muss nur in der Woche. Janni, Janni, ich grüße dich. Moin. Ich grüße dich ganz herzlich. So, die alte Band, die können ja jetzt alle ausschlafen, ne? Ist ja jetzt Samstag. Ja, dann verdienen die auch nichts, oder? Ich weiß es nicht. Die haben einfach alle übers Wochenende frei. Das heißt, am Wochenende kommt überhaupt kein Geld rein. Oh, so ein Mist. Och, so ein Mist. Nee, lass mal sein. Hier scheint die Sonne. Ja, bei mir glaub ich auch. Aber ist mir auch egal. Ui. So, wir warten jetzt, bis der Erste aufsteht. Es ist ja Samstag. Vanessa steht auf. Ja, wohl, die kann sogar noch irgendwie Geld verdienen. Die kann ja singen üben und, ja. Dementsprechend. Was haben wir denn hier? Pop. Ja, krall, so weißt du Bescheid. Ich singe auch immer morgens um fünf. Und ich finde es schade, dass sie sich nicht am Spiegel irgendwie beobachten kann, wie sie singt. So, die pennen alle noch. Oh, sie muss mal was essen. Reste nehmen, Blase, Spaß. Ausrufezeichen Games. Die Liste ist, äh, nicht vollständig. Da fehlen einige Dinge. Wie eben zum Beispiel Sims. Das sieht so dreckig aus. So, Demi. Ich verwechsel die beiden immer. Ich werde es nie lernen. Will ich mal was ausprobieren? Wenn ich ihn jetzt duschen schicke, schmeißt die Mutti ihn dann gleich raus? Ich bin gespannt. Wo sind die Busen hin? Wie viel ist denn noch da? Drei übrig. Sieben übrig. Oh, ich glaube, wir haben doch einmal zu viel gekocht. Oh, ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad über irgendein Organ eines überfahrenen Tieres gefahren. Lag von gestern noch auf der Straße. Sah nach Magen aus. Sie hat das Kind rausgeschmissen. Er war aber fertig mit duschen. Also geht alles klar. So, muss die Mutti duschen? Jo, die Mutti muss duschen. Ja, wir brauchen definitiv ein zweites Bad. Für fünf Personen ist das einfach. Was will er? Fernsehen. Hier, kann er. Darf er. Ausnahmsweise. Eine Romanze. Hier. Kinder. Ich hoffe, das ist auch kinderfreundlich. Musste dann den Vorderreifen sauber machen. Oh, iiih. Oh. Das ist nicht schön. Was will sie? Ah, sie will nach draußen. Kannst du nicht einfach draußen essen? So, ich speichere zwischendurch mal immer wieder. Man weiß ja nie. Das ist kein Kinderprogramm, das ist Babyprogramm. Das kann den mir nicht geben. Was habe ich da gerade gegessen? Gibt es wirklich Sims, die dieses Obstkuchenzeug essen? Das war... Hä? War das nicht so ihrs? Oh, okay, das tut mir sorry. Ah, Hilfe! Die haben alle nichts zu tun. So. Sie hier kann erstmal... Wo ist es? Web. Da. Er hier kann... Was kann er hier denn tun? Und er ist noch am Fernsehen gucken. Das gönne ich ihm jetzt aber nicht mehr. Der muss jetzt nämlich erstmal pissen. Ja. Kaum muss er den Fernsehen ausmachen, ist er direkt wieder... Hier, unterhalte dich mal mit deiner Schwester. Boah, die sieht der Mutter echt unheimlich ähnlich, außer die Haare. Das ist krass, das habe ich gut hingekriegt. Ja, genau. Du wirst nass, Madame. Du wirst feucht. Man, das wirst doch sowieso, aber... Sie kann... Ah, die können sich währenddessen unterhalten. Das finde ich gut. Logikfähigkeit. So, Ette hier. Steh mal auf. Was hat er? Akne. Der ist kreativ. Warum ist er denn kreativ? Er ist doch nicht kreativ. Hä? Ja, er pisst im Stehen. Zeig mal deinen Willi. Jo. Rein in die Olga. Ja, Mädel. Aufwischen, ne? Hingerotzt, dann musst du es auch aufwischen. So, und du ziehst dir mal was an. Oh, du triffst. Nee, Kollege, setz dich. Was passiert da gerade? Da passieren gerade... Ja, Dinge. Ich kann auch per Knopfdruck. Ah. Ah, ich kann auch per Knopfdruck. Ich verstehe. Ich lerne Sims kennen. Lass mich. Oh, sie ist selbstsicher. So, wenn sie da gleich fertig ist... Ah ja, stimmt, dann soll sie ja... Ja, 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 da hat sie erstmal genug zu tun. Da muss sie nämlich mindestens erstmal Level 2 werden. Tomi hat Level 4 der Fähigkeit. Kreativ. Kreativ. Die Bums erreicht. Ein neues Bild zeichern. Oh, das ist schlimm. Stell die doch nicht immer dahin. Schlimm. Hat die Logikfähigkeit erworben. Leute, Fahrzeuge. So, Muskel-Faddy. Warum hab ich dem eigentlich solche Muskeln verpasst? Hat er das einen Grund? Ich weiß es nicht mehr. Es ist zu lange her. Weil sie wahrscheinlich darauf steht. Ich meine, sie hat sie auch geschafft, mit ihm drei Kinder zu zeugen. Und davon sind zwei Zwillinge. So, er muss jetzt erstmal duschen. Und danach guckt er hier erstmal den Sportkanal. Erstmal Fußball gucken. Das hast du gekocht, Madame. Ich meine ja nur. Igler. Sonic der Igler. So, sie wird danach... Jetzt nehme ich erstmal... Kann sie eigentlich... Kann sie eigentlich... Für Kinder. Spiel spielen. Äh... Schreiben. Ne. Schreiben üben. Das macht sie gleich mal. Ja, im Elternschlafzimmer. Wir müssen irgendwie Geld reinkommen lassen. Wer bist du? Leo Wagner. Nö. Kenne ich nicht. Die letzte Göre, die hier war, ist... Ja, mit unserer Geige gezupft und... Hat unser Klo gesprengt. Ne, das waren wir, aber egal. Jimmy, mit wem redest du? Er kann nichts machen. Das ist irgendwie... Er kann singen üben. Er kann singen üben. Oh. Das machen wir mal. Schreibfähigkeit erworben. Dank ihrer frisch erworbenen Schreibfähigkeit kann Vanessa jetzt die Vorteile eines erweiterten Wortschatzes genießen und grammatisch... Grammatisch? Ja. Korrekte Sätze bilden. Ging vorher nicht. Sie ist ja nicht zur Schule gegangen. Aber wie redet hat sie? Ja. 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 Level 2 der Logikfähigkeit erreicht. Sarah kann jetzt Pflanzenproben sammeln. Okay. Ja. Ciao. Mach's gut. Wie die sich wohl anhören, wenn die auf Level 10 sind? Ich hab' ne Idee. Ich hab' ne Idee. Oh. Ich hab' ne Idee. Ich hab' ne Idee. Jetzt passt drauf. Sie singen mir noch ein bisschen asynchron. Sanft küssen muss wiederkönig aufstehen. Arie. 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 Wir brauchen Geld. Ganz dringend. Ich muss mal ganz kurz leider gucken. Was kotzt in der Dusche? Oh Gott. Oh Gott. Das ist alles zu teuer. Und dann müssen wir hier noch mal Wamm ziehen, ne? Ne. Da brauchen wir schon 2000. Oder 1500. Was kann eigentlich Vanessa für ihren Job tun? Nicht viel. Pünktlich sein. Und gut gelaunt sein. Mehr kann sie da leider nicht tun. Und das finde ich ein bisschen schade. Warum kann sie nicht einfach die Schule abbrechen? Die hat andere Talente. Ja. Ja. Das finde ich gut. Sie kann Simstagram machen. Dann verdient sie später mehr. Das finde ich gut. Hat die Schelmfähigkeit erworben. Wieso? Was? Unbehagliche Begegnung. Verpiss dich! Was will der Junge? Woher kennen wir den? Kind. Warum steht er nicht Arschloch? Ich kenne das nicht. Also manchmal frage ich mich, was das soll. Oh, sie hat, oh, sie hat, sie hat, sie hat Mitspielen. Oh, er muss pisseln. Pipi machen. Tut mir leid, es ist ja ein Kind. Die pissen ja nicht. So. So. Süße. Schon wieder nix mehr da. Die Mutti muss schon wieder kochen hier. Ja, ich hab's gerade auch gemerkt, Sorina. Ja, das Gesinge geht einem echt auf den Sack. So, Buntbarsch. Fisch ist gesund. Klappe.